Und jetzt? Und jetzt. Das ist alles, oder was? Der Haushalt, das Kind, der Garten. Das zahlt sich ja nicht von alleine. Ja, eben, ich weiß. Das sage ich ja die ganze Zeit. Aber wer stellt denn in diesen Zeiten ein? Ach so, jetzt bleibt es wieder an mir hängen, oder was? Jetzt darf ich das wieder alleine regeln. Dann kann ich es wieder alleine machen, oder was? Mir reicht es. Mir reicht es. Ich bin so... Ich habe es so satt. Ich habe es so satt. Jetzt bleib doch mal hier. Mein Schatz, du willst nur hin? Zu Papa. Du, das geht nicht. Der Papa muss doch arbeiten. Der hat Homeoffice. Warum? Damit er Geld verdient. Warum? Damit wir zum Beispiel dieses Haus bezahlen können. Warum? Meine, die ich das nicht bin. Ja, ja, das steht schon so oft geführt. So oft stehen wir vor genau diesem Thema. Ja, 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 ja. Hand auf! Das sind 10 Euro. Glaubst du, wir können morgen eine Stunde spielen? Ja, weil du sollst, wir können morgen eine Stunde spielen. Nun, den wir losgst, wir können morgen ein, wenn wir es um das gefrigernissen. Was zu können, wir können heute mit uns nun machen. Ihr könnt euch gerne ein, wenn es ihr euch geht. Wenn ihr euch ein Mal habt, wird es ihr euch, Dann wünschen euch alle, wenn es ihr euch anspricht.